ja gut und ich begrüße euch hier zu einem kleinen vlog auf reisen und heute ist es soweit heute schaue ich mal in die kamera und wir nehmen euch mit und zwar in einen freizeitpark und das was ihr gerade im hintergrund gesehen habt werden wir heute definitiv nicht machen denn ich habe angst und ja wer sind wir hallo wir also die dori ist mit am start und wir werden euch einfach mal mitnehmen und mal schauen was ich so für euch zeigen kann ja jetzt sind wir hier im freizeitpark der türsteher hat uns reingelassen wir sind durch die kontrolle gut durchgekommen und ja dori wir haben erstmal die erste aktuation war welche heute die toilette haben wir getestet auch für gut befundene und hier im hintergrund werden wir dann gleich eine runde schwimmen gehen und jo dann schauen wir uns aus was wir als nächstes machen hier gibt ja viel da da dort hinten überall was wo was wo was gibt es nur Oh mein Gott gearschmerz! Ja wir sind jetzt hier runter gerutscht quasi und ich würde euch sagen es ist nass und so geil wie ich bin natürlich, ich habe meine GoPro nicht vom Strom genommen und deswegen habe ich es ein bisschen mit dem Handy aufgenommen, ich hoffe ihr könnt mir verzeihen und jo, nasse Angelegenheit aber läuft. Einde 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 Eunde Einde 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 Einde. Gans.. Ah dann Tino, Pink Panda, dich gibt es ja auch. Ja hallo wie geht es denn dir? Was wie bitte? Ach, dich gibt es Flema. Boah, was ist denn da los? Und da? Halt uns 4 Sekunden. Und, und, wer ist das? Dori? Ach, ne, warte. Ach, hier ist Dori. Das ist ein bisschen windig und lüftig. Mal gucken, ob wir den Ausgang finden. Was hast du gesagt? Mal gucken, ob wir den Ausgang finden. Vielleicht verliere ich dich im Falle. Ich hoffe, ich verliere mich nicht. Ja, wir machen jetzt hier eine, wir sind auf der Map, Lappi Rind. In real life. Und rechts von mir und links von mir übelst buntes Gras. So grünes. Du kannst da drüber trufen. Haha, ich hab an. Also ich nenn's Cheat. Ey, Dori rennt weg. Dori. Boah, das ist hier voll am Rennen. Äh, und jetzt? Hallo? 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 Ich seh die Mütze. Dori, ich seh dich. Gar nicht. Ihr seht schon, ich hab mega an. Jetzt wollte sie mich erschrecken, aber eiskalt bin ich ja durchgeblieben, wie ist der? Ich hab quasi das Birk eiskalt. Das muss man hier drinnen auf jeden Fall anhaben. Hier sind Menschen. Und quasi sind wir jetzt in der Saakasse hier. Das ist sehr schlecht. Ohne Minimap ist jetzt wohl sehr schlecht. Aber Dori als Wegenführer wird uns hier übelst leiden. Seht ihr das schon übelst professionell? Oh, hier. Das war ein Schaf, oder? Kennt ihr alle, was hier ist? Seht ihr das? Ich seh's nie. So, wir sind jetzt hier im Tal der Tiere. Und ich find's immer wieder sehr überraschend, einfach für eine Form, wie wir Pink Panther hier sehen. Oh, guck mal, da versteckt sich einer. Siehst du? Und der spielt hier Suchen und Verstecken und wir haben ihn gefunden. Schaut da die Bärde raus. Dori ist am Start in diesem Kreisel-Ding und meine Sachen sind eher in Richtung dahin gehend. Oh, hier ist das sehr, sehr schön. Dori, Dori, Dori. Dori, Dori, Dori. Ja, sie hat sich entschieden mitzufahren. Es war definitiv die richtige Wahl, es nicht zu tun. Ja, ich wäre ja mitgefahren, aber meine GoPro ist leider agulär. Beziehungsweise, er war noch nie voll. Aber so bin ich halt. Und Dori hat es wahrscheinlich Spaß, ich auch gerade. Jetzt fahren wir jetzt mal abholen und gucken, wie sie guckt. Wie war's? War's gut? Sehr gut. Daumen hoch. Ja, jetzt gib mir meine Böste. Warum willst du deine Haarebürsten? Warum willst du deine Haarebürsten? Guck mich da mal an! Passend. So, ich hoffe, es hat euch so einigermaßen gefallen. Es wäre natürlich, wie gesagt, noch besser gewesen, wenn wir ein paar In-Game-Aufnahmen mit hätten. Ich meine, In-Game, wie heißt denn das? In-Game, In-Game? Ein paar Achtung waren Live-Aufnahmen mit der GoPro, aber wie gesagt, meine Unfähigkeit sei dank. Leider nicht, aber trotzdem haben wir ein paar nette Einblicke für euch hoffentlich fangen können. Und ja, das war eins der ersten Vlogs, wie man es so nennt, von meinerseits und Dori. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, und wenn wir sowas öfters machen sollen, dürfen, müssen Baumstammjoghurt kreten, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann... Ende gut, alles gut.